Hallo, meine lieben Zuschauer! Wir gehen mit dem Schmetterling jetzt Richtung... äh... ...Bike Road. So. Ich... Da ich neugierig bin... Ich... Da war ich noch nicht und das dann für ein komeres Pokémon. Bike Road. Fangen wir doch mal unser Fahrrad aus. So. Oh, warte mal. Ich zeig schon mal. Ich zeig schon mal. Ich zeig schon mal krass. Ich zeig schon mal krass. Gut, gehen wir hier hin. Das ist hier auch nichts interessantes. Ich zeig schon mal krass. Das heißt, wenn wir praktisch hier einfach nur rumschwimmen, könnten wir ein Orsi kriegen. Und so muss ich aber erstmal einen Pokémon surfen. Ich zeig schon mal krass. Oh. Und wir könnten... Hallo! Wir haben einen Biker gefunden. Ja bestimmt, dass wir ein Kanker ein Ding sind. Ja, hier wie ich sehe. Da haben wir schon dieses Kanker. Ich zeig schon mal krass. Ich zeig schon mal krass. Gut, versuchen wir Rollout. Die Attack Race. So, dass er seine Attacke hat. Das ist okay. Ja, da habe ich nix dagegen. Oh, da ist auch ein Biker. Oh, da ist auch ein Biker. Oh, da ist auch ein Biker. Oh, und hier ist auch ein Biker. Oh, da ist auch ein Biker. So, wo ist er denn das? So, hier ist doch wunderbar. Super Schufe. Oh, da ist auch gleich noch, weil er schon da ist. Hm. Ich möchte nicht ableveln. Ich möchte nicht ableveln. Oh, es hat überliegt. Guck mal auf die Karte. Guck mal auf die Karte. Auf der Karte sind wir jetzt hier. Route 17. Das heißt, da kommen wir an Route 16. Da kommen wir hin. Das Ding ist wieder. Das klingt doch gut. Wollte ich eh da hingehen und eine Pokéballe kaufen. Danke. Das ist eigentlich so eine Chance für Confusion. Hm. Hm. Da könnte mein Butterfleisch das ist ja so. Überst klasse. Nebel, ja. Ich bin Confusion. Obwohl sie mir nur. oder nicht. Ja. Ich hab grad noch davon geredet, jetzt kommt da wieder so eine Palke. Ich hab mein Schmetterling nicht gewechselt. Ich hätt' jetzt nur das versucht. Und wie tut C? Sehr selten, sehr selten. Oh, ich hab mein Schmetterling. Ich glaub, es soll nicht, dass er überleben wird. Hab ich doch schon gesagt, aber... Gut. Ich komm hier rüber. Hallo. Wieso ist denn hier Fahrräder? Ach, leck mich. Der hat jetzt ne Elektromant. Nein, warum? Komm mit dir da, mit dir da. Halt, oh. Es ist wirklich so, hey, ich könnte ja das verwenden. Also jetzt kommt es doch nicht. Es war immer da und jetzt ist es nicht da. Das ist immer. Gut, hier gibt's nichts mehr. Hallo. Na, du? Du hast doch bestimmt... Hallalala. Ah, das hab ich gewechselt. Nein! Hallo! Ja! Hallo! Ich kriege hoffe, dass gut rausgefunden wird. Es hat gehe jetzt gleich. Ja! Amen! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird Ja, da hat es als erstes angegriffen Ist das nur ein Vögelchen? So, jetzt aber Ich sei nur mit den Augen drauf Wie ist das denn damit? Okay, wir sind schon raus Okay, jetzt sind wir noch 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 Oh, wir haben hier was Neues Wir können lernen Oh, jetzt haben wir einen Snubbull als erstes Ich war heading to Fuchsia Nein Ich komme gerade von Fuchsia Wenn ich mich hier Richtig erinnere Ach komm Nehmen wir doch unser Sanschuh Die Stöplinge sind eh gleich wegen Pulsen Nicht vergessen Bitte Mach es tot Ja, das ist gut Das ist nicht gut Nein Tja, das ist gut Warte Das hat immer noch Pulsen Das ist nicht gut Koffing Super Wie wir nehmen Wie wäre es denn Wie gut ist es pro Meter Genauso ist das Ding reschuhhhh Häh? Das ist questions Das ist doch Schuhhohle Also, Häh Tanita ist da noch ne sowas Nein. Sifties Tramp. Bleib am Leben. Du kannst es... Ah, Polita. Du wirst es nicht. Gibt es hier noch was? Hey, gegen den wäre aber gekämpft. Ah, und der Kniss. Ich glaube, wir gehen aber eben. Ich habe halt Pokéball gefunden. Ich habe halt Pokéball gefunden. Nächste Tag. Ich habe auch nächste Tag. Ich muss hier weg. Müssen wir eben noch mal ganz zurück. Und uns heilen. Wir müssen eben noch mal ganz zurück und uns heilen. Ich bin noch mal ganz zurück. Ui. 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 ils Trin, 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 Trin Und dann geben wir irgendwann nochmal da. Und dann gehen wir da rüber ganz schnell. Wuii. Und alle vorbei. Ich freu mich schon wenn ich dann mal Surf gelernt hab. Ich bin so neugierig was hier über dem Wasser ist. Hm. Jetzt gehen wir da rüber. Und hier mal ich hier einfach nur geradeaus fahren kann. Geradeaus. Und dann geht immer weiter geradeaus. Was kommt hier? Die Biker sind alle so unfreundlich. Hier kann ich auch mal was verkaufen. Hm. Das ist auch nicht so interessant zu wissen. So. Roll auf. Fast nicht so effektiv. Ich hab ja keine Ahnung was dein effektives Gegner ist. Aber. Nun ja. Oh ja. Da oben. Das ist doch mal ein Name. So. Was ist ein Bier. So. Und Koffie. Tja, und was bist du? Hai, Airo! Hai, Airo! Hai, Rihou! Tja, und was bist du? Pass auf euren Namen! Ideo! Gibt's den Namen? Weil die andere bespreche ich den Stock einfach aus. Und dann gibt's noch etwas beobachten. Roadsixteen. Uh, das klingt ja verrissend! Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. So kann ich die nicht durch. Mann! Hey, you! Hi! You look strong! So, update to the test. Ja, test was mine. Oh, okay. Camera. Monkey. Beware less than right now. Contoured. So, for that place, this guy is a little black keyboard. Hmm. Monkey keyboard. Yay. So. Hopp. Hat er gerade gesagt, you shall not pass? Das war so schnell, ich konnte es nicht wissen. Hmm. Und ja, dann hört er sich an wie Dumbledore. Äh, Quatsch, nicht Dumbledore. Gandalf. Dumbledore. Ja, klar. Dumbledore war übrigens der Zauberer. In der Ringe. Äh. Nein, eben nicht. Ja, jetzt schon. Kann man sich einfach anmerken. Kack auf Randalf. Das sind jetzt alles Dumbledore. They're blocking the way. Tu ich gar nicht. Das ist eine Lüge. Du lügst. Sie haben gar keinen... Achso, das Objet hat er weg. Sie haben gar keinen Hauptsinn. Ich bin gar nicht. Mach mal drauf, das Haar. Das geht doch mit dem Oben, wo ich ganz aufkommen bin. Oh, da kann man rein gehen. Was geht's in hier? Oh, da ist Yorkie! Wer ist Yorkie? Was machst du? Ja, na 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 Oh, hier so this house is the house where you can get the HM flight in here Sorry, it'll point you up but you come to the wrong place Awww What if you are here? Can you do me a favor? You see a dressing a peachy form and this is quite It's not Was me and my brother who start is when my brother suddenly left the echo and took my huh Let me go look for him and bring back my hmm I would be thankful if she could help me I have no idea what my brother is but she would never leave Kanto so I guess that's the start Awww Is she then Yorkies brother? Chilled? I haven't seen Okay That's Jennifer I can't let Jennifer ha 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 Mordbitz! Rapidash! Alter! Guck das kacke aus! Ich zeig's nur ungern, aber irgendwie... Polita! Kann man eigentlich auch was rausholen? Nein! 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 Da kann man nix rausholen! Schade! So mit Sixteen! Da geht's auch auf das Polenwasser! Strobel! Oh! Hier ist auch ein Strobel! Hier kann ich einfach durchgehen, ja? Oh! Careful! Genau! Was gab's hier nochmal? Da gibt's nix! Außer ein Pissback! Ich glaub nicht wie ich hier runterkomme! Oh! Wie ne neiiiich! Ich kann doch von nem Surf liegen! Ich glaub da brauchen wir doch um Surfen! Ich seh' nicht! Dann kommst du praktisch mit dem Wasser hier direkt da unten, da kann man da oben gehen gegen die da hinten! Ah, so constellation mir das zumindest vor! Mhh! Also wollen wir das mal anders ausprobieren! Jetzt empfinden wir so ein bisschen wieder hier. So geht es hier auch voll Wasser. Oh nein. Das war auch noch nicht. Hä? Was geht da los? Oh nie wieder. Versuchen wir mal mit der Pokoball. Ach so wieder stimmt. Er zieht ja oben. Das hatte ich ganz vergessen. Aaaaaaahhhhhh. Ich glaube ich habe den Pokoball. Wie nervig! Aaaaaaahhh. Wie wäre es dann, wenn ich ja meinen Futterften töte? Super. Mein Butterfleber. Sehr effektiv. Hihi. Ich muss hier auch mal rum gucken. Was ist denn hier wirklich hier zu lassen? Warte, was ist denn das hier? Route 16. Das heißt, es ist... Ach, es ist auch in der Nacht. Das erklärt nicht mehr so viele sind. Weibring. Ach, es ist ein Tipp. Keine Kette ist ein Tipp. Warte, wir schauen es auch mal. ... Ich zeige dich. Es ist es eine Tipp-Gang. Ein Tipp-Gang. Tatatata! Und das ist jetzt wichtig! Oh Gott! Muss mal gesagt werden. Noch ein Grimmau. Fallen hier eigentlich noch nicht. So, da haben wir alles außer dieses Pichotto. Pichetto. Pichetto! Das haben wir nicht und hätten die leider haben auch nicht. Müssen wir mal gucken. Das ist ein Snowpook-Tattel in der Farbe. Poser! Oh Pichetto! Weißt du was, da versuchen wir jetzt einfach mal... Also versuchen wir einfach mal so weit zu fangen. Ich hab das hier aber auch noch nicht. Oh ich hasse es. Warum? Wenn ich jetzt Glück habe, greift es jetzt nicht an. Wenn ich Pech habe... Hä? Oh! So, schlafe! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Cheap Mode! Ja, das ist wirklich nicht. Das ist eine Sachenmärkte. Das ist eine Sachenmärkte. Das ist eine Sachenmärkte. So, dann versuchen wir noch drei Versuche, haben wir noch, weil alle gut länge treu sind. Und dann gehen wir mal weiter hier. So, dann gehen wir das an. Ich habe das Anstarroh. Nein. So. Geh mal hier raus. Wieso war denn überhaupt hier? Und... Schauen wir mal. Das hier haben wir auch noch nicht im Kaffee. Tessie und James können immer noch nicht hingehen. Aber wir gehen jetzt hier rein und kaufen uns Pokéball. Upsa. Von dem einen Typ hier. Von dem da. Hallo. Ist ja super. Ja, möchte ich. Danke. Weißt du was? Kaufen wir gleich noch ein paar Fische. Ich weiß nicht, wie viel man das stapeln kann, aber hey. Die sind günstig. Oder 23 Pokéball. Dann gut. Ach kacke jetzt mal wieder. Und danke. Was mach ich denn hier? Was tue denn tue ich denn da? Tue? So. Dann gehen wir doch gleich mal hier rein und teilen unser Pokémon wieder. Zumindest ein bisschen. Dann können wir auch gleich mal schauen, ob wir hier was besonderes gekriegt haben. 96. Also Default, das ging gut. Oh. Oh, das ist wirklich gut. Nur ein tiefes Kacke. Ansonsten ist das überdurchschnittlich. Oh. Das ist ein sehr gutes Budgetto. Budgetto? Oh. 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 So. Wir haben mir letztes Mal eine Limonade gekauft. Von daher funktioniert das. Wir werden jederzeit durchgehen, wie immer ich möchte. Gut, hier sind wir dann in Safron City. Ich würde fast sagen, das können wir uns dann mal anders mal angucken. Ne? Machen wir dann auch. Also vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!